Oder auch nicht. Mal sehen, wo wir hinkommen. Oh, ein Hirsch. Eine Ziege ist das, glaube ich. Hier geblieben. Oh, mein Gegenstand ist nicht ausreichend geladen. Stimmt, die Blitze sind weg. Muss ich den erst wieder aufladen. Warte mal, Norden, Norden. Hier ist Norden. Aber im letzten Part da mit dem Krosos, Krolos, das ärgert mich jetzt aber ein bisschen. Der war wohl ganz schön stark. Oder ich hätte mich einfach da hinstellen müssen und den kaputt hacken und immer Tränke trinken müssen. Das wäre vielleicht gegangen. Oh, da hinten. Eine Ruine. Korvan Junt entdeckt. Bin ich ja schon mal ziemlich richtig. Jetzt müssen die irgendwo die Sturmmäntel sein. Ich glaube, die Sonne geht gerade auf. Es wird so hell. Schattenwurf. Karte. Ach, guck mal. Fast da. Hinter diesen. Da sind sie. Seid gegrüßt, Elfild. Wusste ich es doch, dass ihr beitreten würdet. Tolle Neuigkeiten. Wir werden Himmelsrand zusammen zurückerobern, nicht wahr? Ich bin froh, dass ich euch da drinnen an meiner Seite haben werde. Dieser Ort lässt mir das Blut gefrieren. Das gebe ich gerne zu. Wovon redet ihr? Diese alten Ruinen. Vater hat mir immer gesagt, ich solle mich von ihnen fernhalten. Ein guter Rat, würde ich sagen. Aber vergessen wir das. Wir haben einen Auftrag zu erledigen und nichts wird sich uns in den Weg stellen. Seid gegrüßt, Galmar. Gut. Wie sieht das aus? So kalt wie das Innere eines Eisgeistes. Außerdem haben Kaiserliche ihr Lager vor dem Eingang aufgeschlagen, aber die hocken um ihre Lagerfeuer rum und haben es schön warm. Kaiserliche. Also schön, wenn sie es sich schon gemütlich machen, warum schicken wir sie dann nicht gleich ins Jenseits? Kommt, labert nicht so viel. Ab geht's. Ich werde ganz allein... Was hat die Armee hier zu suchen? Bedammte kaiserliche Spione. Immerhin dürfte das lustig werden. Sie scheinen uns noch nicht bemerkt zu haben. Seid ihr bereit, das Blut der Kaiserlichen im Namen von Himmelsrand zu vergießen? Oh, habe ich eine Wahl? Ich bin bereit. Brechen wir auf. Das höre ich gerne. Ihr seid noch am Leben. Oh. Hört zu. Diese Kaiserlichen sind nicht zufällig hier. Ach, guck mal, da steht schon einer. Komm, gib direkt einen Headshot. Oder auch nicht, weil ich jetzt... Ja genau, Lydia, renn direkt runter. Genau, Lydia, töte sie alle. Ist sie wahnsinnig? Wow, wir werden aber klein gehackt jetzt von allen. Das wäre der erste Splat. Lass mich über die Einruhe. Komm, wo der hinguckt, ey. Augen nach vorne, Soldat. Komm, hau mich. Mit den besten Grüßen an den Frick. Guck mal, da kommen die. Schon vorbei, ihr Luschen. Oh, jetzt habe ich die gegen mich. Ein kaiserlicher Bogen. Plus eins. Stahlpfeil. Gold, eine Honignuss-Schnitte. Bah. Wie ekelig sieht das denn aus. Gold. Ein Brot. Macht ihr ein Brot. Okay, wir gehen mal rein. Oder was ist los mit euch? Wir gehen da oben her. Sturmhäntel hört sich ja viel cooler an. Ist hier noch ein Bandit? Den Ring nehme ich mit, der ist meistens viel wert. So hab ich's gern. Kurz und blutig. Sie wussten gar nicht, wie ihnen geschah. Begebt nicht den Fehler, die Armee zu unterschätzen. Viele von ihnen sind Nord, genau wie wir. Diesmal hatten wir das Überraschungsmoment auf unserer Seite. Von nun an werden wir es nicht mehr so leicht haben. Genug geredet. Lass uns ein paar kaiserliche Niedermetzeln. Gute Idee. Ich geh schon mal rein und mach's sauber. Oh. Er rennt doch nicht so hoch. Wir greifen an, wenn ich Bock dazu hab. Wer hat euch alle verbrennt. Oh, fuck, der gehört zu uns. Der gehört zu uns. Aus der Tür kommt man bestimmt gleich raus. Für die Söhne von Himmelsracht. Oh, guck mal. Komm, hau mich. Klatsch. Ich hab den schon tot und die hacken nur drauf rum. Muss das denn sein? Keine Manieren? Na, hier ist doch eh nix los. Das müssen die Sturmmäntel sein. Sucht sie. Ihr komm. Oh, genau. Er spürt sich vor und hat den anderen nach hinter sich. Genau. Komm, hau doch. Hilf. Was ist das denn für eine Animation? Was ist das denn für eine Animation? Und ihr wolltet verhindern, dass sie die anderen warnen. Ihr müsst verhindern, dass sie die anderen warnen. Ich? Ja, wie denn? Oh, was ist denn hier? Ja, richtig leere, geile Truhe. Leichte Rüstung bringt doch nichts. Aber Skelett hat wer acht Knochen im Knochen mag. Äh, acht Gold. Guck mal, hätte ich Feuer machen können. Brauch mal unbedingt mehr Magiker, damit ich mächtigere Zauber machen kann. Das wird euch lehren, mich zu hintergehen. Flamme an. Stahlpfeil. Das war's. Schöne, dicke Urne. Oh. Da ist immer ein Gold drin in jeder Urne. Oh, Nebel liegt in der Luft. Was ist denn alles im ganz Himmelsrand? Ist das denn? Ja, hab ich noch nie so einen gesehen. Ist Lüdi eigentlich nur da? Ich hoffe. Ja, da ist sie. Jetzt wartet doch mal. Warum rennen die denn so? Geh, ne, dauert. Ja, und alle sind schon mehr tot. Da bringt doch mal wohl gar nichts mehr, der Zauber. Oh. Da geh ich gleich mal gucken. Die Halle der Geschichten. Wir kommen unserem Ziel immer näher. Oh, davon habe ich schon gehört. Es heißt, auf diesen Wänden sei die Geschichte der Anforderin zu sehen. Die diesen Orten... Oh, ich glaube, jetzt wird's interessant. Stimmt, die Kralle, die ich schon hab. Wirklich Pech, dass wir diese Zeichen nicht lesen können. Okay, jetzt hab ich die Kralle. Ämnisse, wie sonst aufdecken würden. Und das Gute ist, die sind jetzt erst mal beschäftigt und rätseln. Ich hab zwar die Klau, aber ich guck jetzt erst mal, was da hinten in dem Raum ist. So, bleiben die ja wenigstens ein bisschen stehen. Bevor die gleich wieder platt ist. Oh je. Aua. Boah. Krass. Das war's. Dafür kraxel ich hier durch. Der findet man gar nix. Okay, ich guck mir mal den an. Wir brechen auf, wie ihr wünscht, Tane. Ich werde euch mit meinem Leben beschützen. Ja, will ich erhoffen. Guck mal, wie geil, die haben sie alle verteilt. Jetzt geh ich hier wieder raus. Dann sind die immer hier drin. Okay, wie war das nochmal Objekte gucken? Jetzt guck ich mir die Klaue an. Die schöne Klaue. War das diese Klaue? Nein. Was ist das denn? Schlange. Ja, Schlange, irgendwas anderes Schmetterling. Aber ich glaube nicht, dass es das hier ist. Ich hab da noch eine aufgenommen, oder? Hör mal. Da ist er. Und ein Drache? Ne, Drachen haben wir auch nicht mal. Wie viele Klauen hab ich denn mit? Was ist denn los? Hätte ich mal gerade mal drauf geachtet, was ich hier aufgenommen hab? Nein, natürlich nicht. Schlange, Wolf, Schmetterling. Mal eben gucken. Ah, ne, das ist doch hier mit dem Drachen. Drachen war hier unten. Da oben auf jeden Fall was anderes. Mal eben gucken. Objekte. Äh, sonstiges. Das war dann nicht diese, sondern... Ja, da. Fuchs, Schmetterling, Drache. Fuchs, Schmetterling. Und aktivieren. Ich kenn mich aus. Erste Mal war das zwar nur Geracht. Oh. Alle Mann aufgepasst. Alle Mann aufgepasst. Bleiben wachsam. Niemand weiß, was uns hier unten erwartet. Hoffentlich was Gutes. Genau. Niemand weiß. Und alle rennen los. Okay, ganz langsam. Ausschwärmen, Jungs. Wollen wir mal sehen, was wir da haben. In dieser Sache. Unblutiger. Tut, was ihr am besten könnt. Such nach einer Möglichkeit, diese Tür zu öffnen. Genau, weißt du? Ich hab das jetzt einmal gemacht. Jetzt bin ich der, der die Tür öffnet. Und ich würde fast schon sagen... Es muss eine Möglichkeit geben, dieses Ding zu öffnen. Oh, ist das ein Eisendolch. Auf dieser Pressure Plate. Hallo. Der nennt mich immer an die Klos früher. Da war immer so ein Henkel dran. Mann, war das noch scheiße. Oh. Ein Amethyst. Oh, was ist das? Steigert die Vorresistenz um 40%. Leichte Rüstung. Mann, oh. Ich hasse es. Oh je. Keine gute Idee. Normalerweise wäre ich jetzt gestorben. Ja, was hat da für einen Sinn? Na gut, so geht die Tür, da wo die Sturmmäntel sind, schon mal nicht auf. Ich rase jetzt mal zurück. Oh, was ist das? Oh. Woher? Oh, Granatsteine. Wie sieht's aus, Unblutiger? Schon etwas gefunden? Na, warum denn Unblutiger? So, war der fettig? Das hat funktioniert. So gut, Jungs. Bewegung. Wir haben noch mehr. Oh. Ich blut. Die mögen ja hässlicher als die kaiserlichen Seidens. Nein, Mann. Oh, ich höre einen. Der ist, glaube ich, genau hinter mir. Hallo. Hallo. Wo seid ihr? Verdammte Staubmänner. Wieso bleibt ihr nicht einfach tot? Ah, die töten die, bevor ich die töten kann. Aber die haben wenigstens Nordpfeile. Wollen wir mal... Schöne Nordpfeile haben die. Eisenschild. Eisenschwert. Ne, gar nicht. Gold. Nordkriegsachst. No more Gold. Oh, da ist er. Jetzt sind wir in der Krypta. Da geht's bestimmt nur mal richtig ab. Was? Und nur beschädigte Bücher. Die Krone muss hier irgendwo sein. Schwärmt aus und haltet die Augen offen. Ja, wahrscheinlich bei ihm da. Oh, was ist das? An der Einbalsamierungswerkzeug. Also wie immer. Hey. Ich habe nie auf dieser Leiche eine Krone geführt. Ist es die... Ja. Give it to me, Baby. Zeit vor Langsam. Möchte ich direkt mal ausprobieren. Magie. Kräftschreie. Zeit vor Langsam. Ja, ich habe doch Drachenseelen. Aktivieren. Seelen benutzen. Okay. Jetzt mache ich das mal in den Favoriten rein. Äh. Und wir lassen direkt mal an. Und macht das jetzt mal. Oh, war der schon tot? Oh, jetzt habe ich den böse gemacht. Wow. Der kennt auch die Schreie. Meine Sachen. Boah, wert 5000. Krass. Meins. Ein gewetzter alter Nord-Zweihinder. Schaden. Ich gebe dir mal der Lydia gleich. Hört sich schon sehr geil an. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Gut. Dann nimm meine Last. Kann ich sagen, die soll das anziehen? Los, zieh das an, Mann. Äh. Waffen. Komm hier, nimm mal. Sie hat auf jeden Fall was anderes jetzt vor. Ein Glücksdolch. Und jetzt möchte ich mal gucken, wo die Krone ist. Ich würde fast sagen, bei Bekleidung. Krone. Da ist die Zackenkrone. Eine Rüstung 41, ist klar. Plus, obwohl nur plus 11. Ihr geht vor, ich folge. Egal, sieht bestimmt auf jeden Fall cool aus. Dieses leichte Schloss, super schnell geöffnet. Und nichts mehr da, wie es aussieht. Kann ich mal hier rausrasen, oder gibt es hier irgendwo noch einen geheimen Ausgang? Ich würde schon fast sagen, nein. Hallo, Lydia.